Yvonne Wölke ist dieses Jahr in Das große Promi-Büßen zu sehen. Grund dafür ist ihre angebliche Liebelei mit Peter Klein. In Das große Promi-Büßen konfrontiert Moderatorin Olivia Jones Yvonne Wölke am Donnerstagabend mit ihren Missetaten. Doch das ist nicht alles. Auch Iris Klein wird per Videochat zu dem Gespräch geschaltet. Sie braucht einen Exorzisten, denn ich bin ja in ihrem Kopf. Sie redet ja seit einem halben Jahr von nichts anderem außer von mir, wirft diese der Blondine vor. Iris packt ordentlich aus, zitiert sogar Nachrichten, die Peter der 41-Jährigen geschickt haben soll. Ich will deinen Körper wieder spüren, soll eine davon gewesen sein. Yvonne versucht, die Situation zu retten, wiederholt immer die Worte, das hat er so nicht gesagt und das ist nicht wahr. Die beiden Frauen machen sich so viele Anschuldigungen, dass sogar Jones nicht mehr mitkommt. So wichtig bist du nicht, du Mehlgesicht, wirft die Katzenberger Mama der ehemaligen Miss-Germany-Teilnehmerin an den Kopf. Letztendlich muss Olivia Jones dazwischen gehen und Iris Klein wird verabschiedet. Das Gespräch mit Yvonne beendet die Dragqueen mit folgenden Worten. Du gehst für den Erfolg vielleicht nicht über Leichen, aber über Ehen. Das große Promi-Büßen läuft immer donnerstags um 20.15 Uhr bei ProSieben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017